sehr geehrte world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal wenn ihr es auch nicht wusste so ging es mir zumindest am wochenende startet das mdi wieder ab dem 17 februar beginnt die gruppenphase blizzard hat dazu einen dicken post abgesetzt was wieso weshalb warum und wir gucken uns jetzt in diesem video mal alle bekannten infos an auch wie die gruppen aussehen denn blizzard hat es netterweise verpasst in einen post mit allen infos zum mdi nicht mit rein zu packen wer in welchen gruppen spielt dementsprechend habe ich das mal für euch rausgesucht und wir gucken uns die geschichte jetzt einfach mal an ich bin tatsächlich hin und her gerissen ob ich mich darauf freue oder nicht auf der einen seite glaube ich sowieso dass echo wieder alles in grund und boden spielen wird was die spannung für mich ein bisschen raus nimmt aus der geschichte auf der anderen seite ist es halt das erste mdi von dragonflight und dementsprechend freut mich schon drauf zu sehen wie mdi teams da durchscheppern durch ruby livepools und so weiter und so fort wobei ich tatsächlich auch sagen muss ich habe hinten raus fast schon mehr spaß an the great push weil die kiste einfach höher sind und naja ich bin mal gespannt wie das jetzt aussieht wir gucken einfach mal rein also die details dürften relativ simpel sein es gibt den twitch account von warcraft und den youtube account von warcraft da wird das ganze wieder übertraben es gibt dann noch so in den verschiedenen sprachen frankreich französisch deutsch spanisch extra kanäle wobei ich ehrlich bin das original ist in der regel besser meiner meinung nach aber für diejenigen die kein englisch verstehen sind das gute alternativen dann sehen wir hier die aufteilung es gab die time trials die 24 besten teams haben sich qualifiziert für drei gruppen a acht teams gruppe a 17 bis 19 februar gruppe b 24 bis 26 und gruppe c am dritten bis fünften märz danach gibt es vom zehnten bis zwölften turnier noch ein last stand tournament wo sich noch mal zwei teams für die global finals qualifizieren können die es vorher nicht geschafft haben da gibt es jetzt schon signups dafür auf diesen game battles hier also wer sich dafür noch anmelden will theoretisch kann das tun und es geht um 19 uhr abends los europäischer zeit der price pool beträgt mittlerweile 420.000 dollar über die gesamte season in der gruppenphase werden 30.000 ausgeschüttet pro gruppe bei den finals 300.000 das heißt jetzt aber nicht dass derjenige der das ding gewinnt 420.000 dollar mit high nimmt sondern das wird immer aufgeteilt also ich glaube bei den global finals kriegen auch alle acht teams preisgelder aber bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher dann sehen wir hier die broadcaster nagura tattels dreadnoss makes doa und xyronic und jetzt kommen wir zu den gruppen gruppe a mit der wir rein starten und da finde ich ist schon weiß nicht ist das ein fehler im bracket naja eigentlich macht man es ja so ne selbst wenn es acht teams sind startet meistens beispielsweise nba playoffs startet das beste gegen das acht platzierte team hier hast du halt echo gegen rang 24 und da kann man schon mal richtig sicher sein dass die ordentlich weggesweept werden also lucky seven und danach teams wie levels sloth dave and the seven bears legendary und resituis sind da am start wobei ich tatsächlich auch nur echo kenne das ist für mich auch wie soll ich sagen nachteil vom mdi der ich finde da kann man blizzard keinen vorwurf machen aber oftmals sind ja mit die gleichen spieler dabei aber die benennen gefühl zum beispiel ist das beim avc arena world cup auch oftmals so dass sie halt immer ihre teams umbenennen weil sie halt eben oder einige nicht in e-sports organisationen spielen beziehungsweise die wenigsten und das macht finde ich sehr sehr schwer zu wissen okay welche spieler sind jetzt dabei ich kenne viel viel mehr spieler als diese teams weiß nicht vielleicht wäre es da cool wenn man feste teamnamen für spieler die immer zusammenspielen einführt i don't know ist nur so gerade ne idee meinerseits weil ich finde das immer sehr sehr verwirrend gruppe b steht das bracket scheinbar noch nicht fest und gruppe c auch noch nicht ich weiß nicht die qualifizierten teams müssten eigentlich schon feststehen aber ihr seht blizzard hat auf seiner seite gar nix dazu und raider io die da ja auch einmal so mit eine gute coverage leisten haben sie auch nicht ausgefüllt deswegen bin ich mal gespannt aber ja auf jeden fall am kommenden wochenende steigt direkt top favorit echo ein also wenn ihr wegen denen reinschaut dann solltet ihr am wochenende auf jeden fall euch das ganze ankelen gucken und ansonsten bis zu den global finals dauert es dann auch noch ein bisschen die sind jetzt noch nicht terminiert soweit ich weiß aber so wie es hier aussieht wenn dieses last stand tournament 10er bis 12 märz ist gehe ich mal aus dass das eine woche oder zwei wochen später ist also so ende märz rum gucken wir mal damit auf jeden fall danke fürs zusehen schreibt gerne mal in die kommentare guckt ihr euch das mdi an oder nicht habt ihr bock drauf ich bin gespannt und damit bis zum nächsten video lasst doch sehr gerne ein like auf meinem zweiten kanal da g6 plus link in der video beschreibung haut rein schöne zeit noch bis zum nächsten mal ich 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 Untertitelung des ZDF, 2020